Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Alexandra von Alien Contact und Bewusstsein TV. Heute habe ich wieder einen interessanten Interviewgast, die Anja Schäfer. Sie ist Botschafterin der Venus und hat auch einen interessanten Kontakt schon seit, ich glaube, über 30 Jahren zu einer Venusierin. Wie sie heißt und wie es angefangen hat und so weiter, lasst euch überraschen, gleich nach dem Intro geht es weiter. Liebe Anja, herzlich willkommen hier bei Bewusstsein TV. Ich habe dich heute eingeladen, weil du so eine interessante Geschichte hast, für mich jetzt und ich möchte das natürlich auch meinen Zuschauern zukommen lassen, weil die Geschichte so einmalig ist, wie ich jetzt finde. Wir sprechen aber auch über das Bewusstsein im Allgemeinen und wie das alles zusammenhängt und wie es bei dir angefangen hat. Und dazu möchte ich dann natürlich dich erst mal bitten, dich vorzustellen, weil meine Zuschauer kennen dich ja noch nicht. Bitte sei so gut und stell dich mal vor. Ja, Alexandra, vielen, vielen Dank erst mal für die Einladung. Ich bin auch sehr begeistert, dass ich jetzt heute mit dir zusammen sprechen darf. Wir haben uns ja noch nicht vorher kennengelernt. Deswegen ist das jetzt alles total neu, auch ganz für mich frisch. Und ich freue mich sehr, ein wenig etwas, ein wenig teilen zu dürfen über meine Geschichte und auch über die Venus-Kontakt-Personen und auch über die Spiritualität, die damit zusammenhängt. Denn hier geht es weniger um die physische Venus. Venus, die spielt zwar auch eine Rolle, die ist natürlich da enthalten in dem ganzen Szenario. Es ist jetzt nicht irgendeine visionäre Venus, über die wir sprechen, sondern es geht schon um den Planeten Venus, unseren Nachbar- und Schwesterplaneten. Doch es ist schon so, meine Webseite heißt ja auch venusspirit.com. Und wie der Name sagt, es geht um die venusische Spiritualität bei mir schwerpunktmäßig. Und wie du schon angedeutet hast, das ist tatsächlich, es fing vor 30 Jahren an, ungefähr 1994. Erzähl doch mal, also meistens ist es ja, also bei mir ist es so, es kommt ja so aus der Kindheit. Also mich begleiten ja, ich sage jetzt mal, die Kontakte und auch meine Vision, meine Gaben, schon seitdem ich ganz klein bin, drei, vier, und seit ich mich daran erinnern kann. Wie ist denn das bei dir oder wie hat es bei dir angefangen? Ja, das ist ein interessanter Ansatz, wie du das jetzt erwähnst, denn bei mir ist es tatsächlich so, ich finde, ich bin total irdisch geboren, also auch ohne, dass ich mich an besondere Fähigkeiten erinnern kann, ohne dass ich mit irgendwelchen unsichtbaren Freunden gesprochen hätte oder irgendwelche Visionen hatte. Ich finde, ich bin, wenn ich zurückschaue, in eine ganz stinknormale Familie reingeboren, auch wirklich atheistisch, also ohne spirituellen Hintergrund, ohne religiösen Hintergrund, sondern eher völlig physisch-materialistisch, auch nicht besonders hochstehende Menschen. Meine Eltern waren ganz normale Arbeiter, meine Mutter war Schuhverkäuferin und mein Vater war Fernfahrer und Möbelträger. Und die waren auch beide nie, bis heute nicht, sie leben Gott sei Dank ja noch, werden auch jetzt sehr alt und im Altersheim, beide gleichzeitig eingezogen vor zwei Monaten. Ja, und die waren nie an irgendetwas über den Tellerrand hinausschauendem interessiert. Also auch unsere Fernsehprogramme und sie lesen heute noch die Bild-Zeitung, wenn sie überhaupt noch was lesen. Also völlig normale Welt, ja, so ungefähr. Und das war genau der Hintergrund, den ich mir sozusagen als Seele ausgesucht habe, um möglichst viel zu vermissen, möglichst viel Leere zu empfinden, Heimweh zu empfinden. Das ist das, wo ich mich am ehesten daran erinnern kann, dass ich schon damals im Bett meiner Eltern, und wenn ich mich dann da mal irgendwie reinverkrümelt habe, so eine Sehnsucht hatte nach etwas Unerklärlichem, etwas Unbeschreiblichem. Ich habe mich so alleine gefühlt und so ein Heimweh empfunden. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich hatte eine unglaubliche Sehnsucht nach zu Hause. Und mein Anfang, mein richtiger Anfang war dann eigentlich wirklich, ich bin relativ schnell auf den Pfad der unerwiderten Liebe gestolpert. Das heißt, ich habe mich schon mit fünf oder sechs Jahren in den ersten Jungen in der Vorschule verliebt, unglücklich verliebt, der dann nach den Sommerferien mich nicht mehr angeguckt hat. Da ist mir schon das erste Mal das Herz gebrochen, weil ich das nicht verstanden habe. Und so ging das dann irgendwie im Minuten-, Monats-, Jahrestakt weiter. Es ist wirklich, mein roter Faden ist tatsächlich die Suche nach Liebe. Ja, habe ich auch. Das kenne ich auch. Total. Das kann man wirklich fast so zusammenkürzen, dass ich wirklich sagen kann, diese Sehnsucht, die Liebe zu finden und dann aber auch Informationen zu finden. Also als mein Verstand dann anfing, ein bisschen zu funktionieren und ich in die Pubertät kam, also so mit 15 ungefähr, hatte ich dann schon mehrere Herzbrüche hinter mir und fing dann an, mich auf die Suche zu machen, auch im Hinblick darauf, was will ich beruflich mal machen und wohin geht mein Weg. Da fing ich dann schon an, mich für Esoterik zu interessieren. Ja, ich bin ja, ich hatte nun den Vorteil für mich, den Vorteil, das Glück, dass ich in einer Großstadt geboren und aufgewachsen bin, also in West-Berlin. Und zu der Zeit gab es dann schon, gab es tatsächlich schon die ersten esoterischen Buchhandlungen und Bücher, Astrologiebücher und Tarotbücher und so, die gab es dann auch schon in ganz normalen Buchhandlungen irgendwie. Und so fing das dann an, dass ich anfing, meinen Aszendenten auszurechnen, mich mit Tarotkarten zu beschäftigen, also schon so in die mystische Richtung, mich zu bewegen und tiefer zu schürfen. Also aus dieser Sehnsucht nach Hause und aus dieser unerwiderten, kontinuierlichen Liebe, die nie in eine Beziehung, auch nicht mal als Jugendlicher hatte ich einen Freund. Ich hatte wirklich, das war sowas von immer wieder No, als hätte meine geistige Rückführung gesagt, nein, du suchst immer an den falschen Plätzen nach der Liebe, aber mach das mal so weiter, weil dadurch kommst du auf den richtigen Weg. Das ist tatsächlich so dieser Prall ab, aber dahin Bounce, also dann eben in die richtige Spur gefunden sozusagen. Und dann bin ich tatsächlich 1994, da war ich ungefähr 24, wenn es dann 94 war, aber ich nehme schon an. Denn Omnic Onyx. New Ribbonne New Ribbonne New Ribbonne Hello, my name is Omnic Onyx. I come from the planet that you know as Venus. I would like to give you a Venusian greeting, which means may the universal love and blessings be. A mural about to break the shine. Das ist die Frau, meine Mentorin, meine spirituelle Lehrerin von der Venus. Die hat damals 1992, meine ich, oder 93, war sie das erste Mal in Deutschland. Und da ist dann ihr Buch auf Deutsch rausgekommen. Das war dieses Buch, was jetzt mit neuem Cover und völlig neu gemacht. Ich habe ja jetzt inzwischen die Rechte und gebe die Bücher selber raus. Damals war es natürlich in einem anderen Verlag erschienen mit anderem Cover. Und der Titel lautet, ich kam von der Venus. Und die Frau hat dann damals mithilfe von ihrem Verleger und ihrem damaligen Manager, da ist die geführt worden, hatte auch einen Freund. Und die haben sie dann so ein bisschen in die Öffentlichkeit gepusht. Und so kam die dann tatsächlich auch in manchen Zeitungen vor und aber auch in Talkshows. Und das ist dann der Punkt gewesen, wo das erste Mal der Erstkontakt war, dass ich sozusagen durch Zufall in den Fernseher reingeschaltet habe. Und da saß sie und hat gerade ein Interview gegeben in irgendeiner Talkshow. Ilona Christensen oder Hans Meiser oder es waren so diese Talkshows damals. Und da saß sie ja und hat mich beeindruckt. Sie hat mich so beeindruckt, dass ich das Gefühl hatte, wow, da sitzt ein Mensch. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Hat gewirkt auf mich wie jemand, der erstens sehr ruhig ist, sehr weise ist. Und ich habe aber auch diese Freundlichkeit, diese Liebenswürdigkeit direkt gespürt. Ich habe auch ihre Schönheit gesehen. Sie sah sehr, sehr schön aus, sehr eben, ja, so das Gesicht und so. Sie sah so, sie hatte diese Haare so zu so einem Pagenschnitt und hat dann auch noch so intelligente Sachen gesagt, die mich direkt beeindruckt haben, wie Imagination is the key to creation. Sowas hatte ich noch nie im Fernsehen gehört. Also auf Deutsch, die Vorstellungskraft ist der Schlüssel zum Erschaffen von Wirklichkeit. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann haben die auch das Buchcover eingeblendet. Ich kam von der Venus. Natürlich war da noch mehr, was sie gesagt hat, dass sie eben von der Venus kommt. Und wie das kommt, dass sie von der Venus kommt und wie das sein kann. Und die ganzen Worte, an die kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass einfach der Gesamteindruck sich bei mir niedergelassen hat in meinem Inneren, wie so ein Same, der übergegangen ist. Und so war praktisch dieser Erstkontakt. Und der physische Kontakt kam dann zum ersten Mal drei, vier Jahre später. Weil meine geistige Führung hat mich aus Berlin dann rausgeführt in eine Stadt in Bayern, wo ich selber einen esoterischen Buchladen aufgemacht hatte und mir damals sozusagen schon mal meinen ersten Wunsch erfüllt habe. So einen Seelenwunsch. Weil ich habe einfach diese Esoterik und diese spirituellen Lehren, die waren einfach mein Leben von Anfang an. Und deswegen hat sich dieser Wunsch formiert, selber so ein Geschäft zu haben. Und dort hat sich das dann tatsächlich ergeben, dass ich mit dem Verlag und auch mit ihrem damaligen Manager in Kontakt gekommen bin. Und der Manager damals hat dann zu mir gesagt, ja, die ist hier, die Omnic. Also wenn du selber einen Laden hast und was organisieren willst, dann kommen wir auch zu dir. Und das war ein Wow damals für mich. Das war eine große Freude und ein Energieschub ohnegleichen. Ich habe mich wirklich extrem aktiviert gefühlt, weil ich hatte drei Wochen Zeit vom Gespräch bis zu dem Punkt, wo die beiden dann bei mir reingeflogen sind von Oldenburg nach Landshut. Sehr sportlich. Das war sehr sportlich. Und ich hatte, da war ich dann schon in meiner, fast das erste Mal so aktiviert, dass ich gemerkt habe, was ich in so kurzer Zeit alles auf die Reihe kriege, wenn ich mich freue. Ich habe aus dieser Freude heraus wirklich Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, Hotel gemietet und alles gemacht, Flyer verteilt, Poster verklebt, Regionalfernsehen und Radiotermine ausgemacht. Und einfach jedem hat davon erzählt, die Frau von der Venus kommt zu mir nach Landshut. Das war für mich einfach wie, also schöner als Weihnachten. Also unbeschreiblich. Ja, und so sind wir uns dann das erste Mal begegnet. Was eine Geschichte. Finde ich total toll. Hast du dann, außer jetzt mal der Spiritualität, mir ging das auch so, aber wir haben in einem ganz kleinen Ort gewohnt. Also ich bin nicht in einer Großstadt sozusagen aufgewachsen, in einer kleinen Stadt, in einer wirklich kleinen Stadt, in Unterfranken. Und da gab es auch zwei Buchhandlungen, die haben wir aber zueinander gehört. Da gab es, wie man das halt so kennt, nur eine ganz kleine Ecke, was, ich sage mal, spirituelle Bücher anbelangt. Also gab es ganz wenig, kaum was. Erich von Däniken hat man da mal gefunden, mal gefunden. Dann hatten wir sozusagen eine Weltladen. Ich glaube, das sagt dir auch was. Ja, da gab es Räucherstäbchen und so weiter und so fort. Und da hat man dann mehr solche Bücher gefunden. Und dann kam unser Steinladen dazu. Der hat dann auch schöne Bücher gehabt, ausgewählte Bücher, was ihn natürlich auch interessiert hat. Aber auch, ja, Astrologiebücher und in diesem Bereich. Und ich habe ja auch ein Buch geschrieben, 2006, was ich dann im Nachhinein auch im Selbstverlag rausgebracht habe. Die Träumerin, ich und mein anderes Ich. Da geht es ja um meine Vision, die ich immer habe, schon seit meiner Kindheit. Also Visionsträume. Da war das für mich ganz schwierig, das Buch, weil es ja was Besonderes war, in unsere kleine Buchhandlung zu bringen. Die wollten das erst nicht. Das ist halt total schwierig. Das wäre ein super Kontakt zu dir damals gewesen. Ich glaube, da hättest du dich eher dann auch dafür interessiert. Aber das war weit raus. Da denkt man gar nicht an München oder Landshut oder in diese Richtung an Großstädte. So habe ich dann immer eben auch durch Lesung. Ich habe mich dann eben angeboten, habe mir das selbst drucken lassen. Damals ging das dann, war gerade im Selbstverlag, konnte man das eben dann auch in Digitaldruckverfahren drucken, in kleiner Auflage. Und so bin ich dann halt auch von Buchhandlung zu Buchhandlung getingelt mit meinen Büchern und habe da auch Lesungen gehalten. Deswegen kann ich das total verstehen, also auch von der anderen Seite her, ich sage jetzt mal, als Autorin mit einem Buch jetzt in der Buchhandlung eine Lesung halten zu dürfen. Und das war mit Sicherheit für dich ganz, ganz toll, dass du die OmnicOdnic dort bei dir hast, dann begrüßen dürfen in deinem Laden. Und wie ist denn der Kontakt denn da abgelaufen? Also, ja, sie ist ja Amerikanerin, ne? Ja, sie ist Amerikanerin. Also nach Pass ist sie Amerikanerin tatsächlich. Ja, der Kontakt war am Anfang für mich überwältigend. Ich war wirklich sehr, sehr aus dem Häuschen. Ich war sehr nervös. Warum? Warum, weiß ich nicht. Das war die Energie, das war die Freude, die Begeisterung. Ja. Ich meine, ich hatte ja dann auch schon ihr Buch gelesen zu der Zeit, also bevor es zum physischen Besuch kam. Also, das kommt ja noch davor, dass ich also dann, als ich den Buchladen aufgemacht habe, habe ich ja für mich persönlich erst ihr Buch bestellt. Und da habe ich es dann erst gelesen. Und dann habe ich das Zweite gleich hinterher gelesen, was damals rauskam. Das war das Handbuch venusischer Spiritualität. Und dann war ich so abgefüllt mit dieser Begeisterung von dieser Geschichte, von dieser Frau, von dieser Venus-Geschichte, dass ich daraufhin dann den Kontakt mit dem Verlag und mit dem Manager aufgenommen habe. Ich war also sozusagen geflasht fast wie von einer Prominenz, die ich dann die Ehre hatte, sozusagen persönlich kennenzulernen. Also, ich hatte damals schon dieses Gefühl von, wow, da passiert was ganz Großes, ja. Deswegen war der erste Kontakt tatsächlich sehr, sehr super aufregend. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es auch beim ersten Mal, wo Omnek typisch venusisch viel zu spät kam. Ich meine, das war beim ersten Mal, wo die Leute dann, glaube ich, ein oder anderthalb Stunden gesessen haben in diesem Vortragsraum im Hotel und gewartet haben. Und das war für mich so stressig, dass ich, und ich hatte noch so viel Angst, selber zu sprechen. Heute veranstalte ich Konferenzen und stehe vor Hunderten von Leuten und bin dabei tiefenentspannt, weil ich durch einen Riesenprozess gegangen bin in den letzten Jahrzehnten, ja. Der Selbstfindung und Selbstverwirklichung, alles dank Omnek letztlich. Und damals war ich aber noch so klein und so unsicher und schüchtern. Ich konnte mich nicht mal vor diese 80, ich meine, das waren tatsächlich trotzdem 80 Leute, die ich geschafft habe, da hinzukriegen. Und ich habe mich nicht mal getraut, mich hinzustellen und zu sagen, es tut mir leid, die Omnek verspätet sich. Da hatten wir, glaube ich, auch noch kein Handy und so weiter, ja. Vielleicht haben die mal von irgendeiner Tankstelle angerufen oder so. Und die hatten natürlich auch wirklich ganz Deutschland zu durchqueren. Aber Omnek war noch nie ein Frühmensch. Das heißt, die sind einfach zu spät losgefahren, sind durch ganz Deutschland gefahren, sind viel zu spät angekommen. Und für mich war das eine einzige Katastrophe. Also emotional und vom Stress und von den Nerven her, ich war einfach völlig fertig. Aber ich kann das auch wirklich von Erinnerung her nicht mehr genau wahrnehmen. Ich habe nur noch Bilder in Erinnerung. Ich kann noch dieses Gefühl, kann ich mich noch daran erinnern. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie mit dem Mercedes angekommen sind. Und es ist aber ein anderes Bild. Vielleicht war das zu einem anderen Zeitpunkt. Und das Erste, was sie dann sagte, war, dass sie irgendwie auf die Toilette muss. Und das war für mich schon so, oh, die Frau von der Venus muss auf die Toilette. Ich war noch so klein, weißt du so, also weißt du so, energetisch war ich noch so ein kleines Mädchen. Irgendwie so, das war alles, alles überwältigend. Und die sah so schick aus mit ihren hohen Stiefeln und so eine Hacken und weiß gekleidet. Die hat mich einfach nur weggehauen durch Beeindruckung. Ruhe ist erst eingekehrt, als die wiedergekommen sind. Also mehr Erinnerung habe ich an den ersten Kontakt, an die erste Begegnung überhaupt nicht, weil ich war viel zu aufgeregt. Aber dadurch, dass auch Omnic irgendwas wahrgenommen hat und dass es ja doch relativ erfolgreich war und sie hat halt irgendwo wahrscheinlich auch gespürt, mit der Anja ist irgendwas. So hat es sich relativ bald ergeben, dass die beiden entschieden haben, wir gehen da nochmal hin. Und dann sind die ein halbes Jahr später ungefähr wiedergekommen, Omnic und der Wolf. Also der Wolf war damals ihr Manager und ihr Übersetzer und auch der Musikproduzent, dank dem ja diese tollen CDs auch entstanden sind, die Meditations-CD und so. Und beim zweiten Mal dann ist dann ein bisschen Vertrautheit und Ruhe eingekehrt. Das heißt, ich hatte ein halbes Jahr Zeit, um das Ganze ein bisschen zu verarbeiten. Und als die dann wiedergekommen sind, war es schon ein bisschen normaler. Und da ist dann das Besondere passiert. Also zwei Besonderheiten eigentlich. Das eine war, dass wir einen kleinen Workshop hatten in meinem Laden. Also ich hatte einen relativ schönen, recht großen Laden, also zumindest für zwölf Stühle im Kreis war Platz, dass wir einen kleinen Workshop halten konnten. Und ich kann mich, da habe ich wieder eine emotionale und auch eine visuelle Erinnerung dran, dass wir da zusammen saßen und dann kehrte bei mir endlich eine gewisse Ruhe ein. Und ich habe mich mal hingelehnt, innerlich so zurückgelehnt und habe nur wahrgenommen. Und ich habe ihr zugehört. Die Omni konnte ja stundenlang sprechen. Die hat ja ihre ganze Geschichte erzählt. Die hat über die Transformation der Erde gesprochen. Die hat so viel erzählt. Die hat über die Reise der Seelen gesprochen. Das ist auch dieses Bild, was im Hintergrund ist. Diese spirituelle Lehre über die Gottwelten und die Ebenen des Bewusstseins. Da können wir auch noch vielleicht ein bisschen drauf sprechen kommen. Also was eben die spirituelle Lehre betrifft. Und das hat die halt alles mit einer tiefen Entspanntheit erzählt. Und da konnte ich mich dann endlich mal ein bisschen entspannen. Und dann gab es so einen Moment, wo unsere Blicke sich trafen. Und da ist eine Energieübertragung passiert. Also ihre Blicke, meine Blicke und das ist mir dann ins Herz gegangen. Und da ist mir mein Herz aufgegangen. Und da habe ich dann das erste Mal Liebe gespürt. Ich habe gespürt, was Liebe ist. Bedingungslose göttliche Liebe. Und das kannte ich zu diesem Zeitpunkt in diesem Leben noch nicht. Ja, verstehe ich. Es war ja keine persönliche Liebe. Es war ja nicht so, dass Omnic und ich auf einmal hier irgendwie ein Techtel-Mächtel angefangen hätten oder so. Sondern es war einfach diese göttliche Liebe, die mich ausgedehnt hat. Die hat mich wie in einen Kokon gepackt. Ich habe mich gefühlt wie in einer Blase, in einer rosaroten Kugel oder sowas. Oder wie in so einer grünen Kugel. Mit so einem 360-Grad-Rundumblick. Es war irgendwie, ich war einfach tiefer integriert auf einmal in einer Weise, wie ich das vorher noch nie hatte. Ich bin aus dieser Nervosität, aus diesem Kopf praktisch rausgekommen und bin mal so bei mir angekommen, in meinem Herz mal so angekommen. Und das Besondere oder noch eben das, was das Ganze dann eben noch, glaube ich, auch für Omnic wichtig gemacht hat und abgerundet hat, war, dass ich es dann auch erzählt habe. Also bei einem Sharing, wir hatten dann auch so ein bisschen so, jeder hat erzählt, wie es ihm geht und was er denkt. Und da habe ich das dann gesagt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass Omnic mich angeschaut hat und dass sie beeindruckt war und dankbar war, dass ich es ausgesprochen habe, dass ich diese Liebe gespürt habe. Das gab ihr ja einerseits eine Bestätigung, dass sie ohne bewusst jemanden anzuschauen so etwas auslöst. Das weiß sie ja auch nicht. Das war ja nicht geplant. Und es hat ihr gewiss auch auf einer gewissen Ebene diese Bestätigung gegeben, dass mit mir die Reise weitergeht. Das ist nicht da dann zu Ende gewesen. Und das war dann auch so, wir sind auch nach diesem Wochenende, nach diesem Vortrag und Workshop dann auch privat geworden. Ich habe sie dann gefragt, ob sie noch ein bisschen bleiben möchte. Wolf ist dann tatsächlich alleine zurückgefahren nach Oldenburg und damals war sie noch bereit, sich auch auf so ein Abenteuer wie Zugfahren einzulassen, was sie wirklich nicht gerne gemacht hat. Aber das hat sie damals noch gemacht, dass sie dann gesagt hat, ja, okay, sie bleibt noch ein bisschen da. Und da sind wir dann privat geworden. Wir sind zusammen auf ein Konzert gefahren und sie hat dann bei mir gewohnt. Und so sind wir dann persönlich in einen Austausch gekommen. Und dann ist das Ganze immer intensiver und immer freundschaftlicher und immer enger geworden. Bis ich dann irgendwann selber in der Rolle war, sie zu übersetzen und, und, und. Also so hat die ganze Reise dann praktisch ihren Fortlauf genommen. Also mich würde jetzt mal interessieren, wir reden ja die ganze Zeit von dieser interessanten Frau. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über sie erzählen oder von ihr erzählen. Ja, also für diejenigen, die das hören und die das interessant finden und die das noch nicht kennen. Also die Geschichte von Omnic ist so speziell und einzigartig, wie sie meines Wissens nach, und ich bin ja nun, wie du weißt, jetzt seit über 30 Jahren mit dieser Geschichte vertraut. Und bisher ist mir nichts begegnet, was dem vergleichbar ist. Also es scheint, als sei ihre Geschichte tatsächlich auch weltweit einzigartig. Denn was sie eben so ungewöhnlich macht, ist, dass sie von sich selbst behauptet, ich kann es ja nicht anders sagen, ich war nicht dabei, ich habe das ja nicht bezeugt. Aber ich kenne halt ihr Buch und ich kenne sie und ich kenne sie einfach, ja. Und deswegen... Hallo, mein Name ist Omnic Onek und ich kam 1955 auf eure Erde, von dem Planeten, der euch als Venus kennt. Es gab einmal eine Zeit, als die Venus physisch bewohnbar war, genauso wie die Erde hier heute mit ihren Gesellschaften existiert. Und sie, along with three other races of people that lived on Mars and Saturn and Jupiter, they colonized the planet Earth after it was taking its rotation around the sun. And they were the first people and the ancestors of the people that live on Earth today. Die Venusier zusammen mit den Rassen, die auf den anderen drei bewohnten Planeten existieren, nämlich auf Jupiter, dem Saturn und dem Mars, sind die Vorfahren aller Menschen, die heute auf der Erde leben. Kann ich nur sagen, sie hat die Geschichte nie geändert. Sie hat immer und immer dasselbe erzählt, nämlich, dass sie auf der astralen Ebene der Venus geboren wurde. Das heißt, sie hat also schon immer gesagt, es gibt auf der Venus eine Parallelgesellschaft. Also es gibt... Das physische, klammer ich jetzt mal aus, weil davon weiß ich jetzt zwar mittlerweile auch noch einiges, das kam aber erst seit drei Jahren dazu mit Dr. Raymond Keller, also Klammer auf, Klammer zu. Von Omnic, 25 Jahre lang, wusste ich nur, dass es auf der feinstofflichen Ebene der Venus eine Gesellschaft gibt, die früher mal physisch war und die aber zu einem bestimmten Zeitpunkt die Schwingungsfrequenz angehoben hat und deswegen wie ein Duplikat des physischen, aber in einer feinstofflichen Dimension existiert. Die Gesetzmäßigkeiten sind andere, weil die Astralebene eine feinstoffliche Dimension ist, die mit physischen Wahrnehmungen und Sinnen natürlich nicht sichtbar ist und deswegen auch nicht mit dem Teleskop gefunden werden kann oder beweisbar ist. Es ist wie die Geisterwelt auf der Erde, wo man halt weiß, ja, Menschen sehen in andere Dimensionen rein oder haben Erscheinungen. Das ist einfach eine andere Frequenz, die in einer feineren Dichte schwingt, wo auch die Gesetzmäßigkeiten der Manifestation viel schneller sind als im Physischen. Wenn dort also jemand mit Gedankenkraft sich etwas vorstellt wie eine Tasse oder wie ein Springbrunnen in der Wohnung oder wie sich teleportieren will von A nach B, dann geht das durch einen Augenblick, weil die Reisen und die Manifestation über die Gedankenkraft geht, die sie eben gemeistert haben. Und das haben sie also schon als physische Gesellschaft gemeistert, jeder für sich individuell. Das ist ja genau das, wovon wir lernen können, weil wir auf der Erde sind jetzt in diesem Prozess ebenfalls der Meisterung und der Erinnerung, dass wir Schöpferwesen sind. Ja. Die Venusia sind praktisch unsere Vorfahren, Teile unserer Vorfahren und sowas wie Nachhilfelehrer, weil sie das schon erlebt haben, diesen Aufstieg in eine höhere Schwingungsfrequenz, den wir gerade als Menschheit auf der Erde erfahren. Das ist eigentlich ein Grund, warum Omnic überhaupt da ist. Ein Grund. Es gibt viele Gründe. Nun sagt sie, und so erklärt sie das auch in ihrem Buch, dass sie auf dieser Astralebene geboren wurde. Die ganzen Gesetzmäßigkeiten auch der Partnerschaften, der Schwangerschaften, der Geburten sind natürlich anders. Das beschreibt sie alles in ihrem Buch, wie das genau funktioniert. Und dass sie eben als siebenjähriges Kind, also in venusischer Zeitrechnung, war sie bereits 130 oder 150 Jahre alt, weil die Zeit geht ja in einer höheren Schwingungsfrequenz langsamer. Deswegen ist das da ganz anders. Da können die Menschen auch oder die Wesen, wie du sie nennen willst, auch Hunderte oder Tausende von Jahren alt werden. Und sie meinte oder sie sagte, dass sie noch Karma mit der Erde gehabt hat und dass sie deswegen sowieso eines Tages nochmal in eine irdische Verkörperung hätte zurückgehen müssen. In Anführungszeichen, das ist immer freiwillig, aber aus dem Ausgleichsbedürfnis der Seelen heraus, sie erklärt es so, dass sie noch eine Schuld hatte, etwas noch auszugleichen hatte mit einem anderen Mädchen. Und dieses andere Mädchen war zu dem Zeitpunkt auf der Erde inkarniert. Die ganze Sache ist wirklich nicht einfach zu verstehen. Manche Menschen müssen sie mehrmals hören und es ist auch oft hilfreich, das Buch tatsächlich zu lesen, um sich das mal ganz in Ruhe zu Gemüte zu führen, weil es so ungewöhnlich ist. Aber um es kurz zu machen, sie hatte dann die Empfehlung bekommen von den spirituellen Meistern auf der Venus und auch das Angebot bekommen, dass sie sich einen physischen Körper manifestieren kann auf der Venus, dass sie auf die Erde gebracht wird, dass sie dann durch dieses von diesem anderen Mädchen, dass da ein Austausch stattfindet, ein physischer Austausch, kein Seelenaustausch, kein Walk-in, sondern ein physischer Austausch und dass sie so praktisch in die Erdgesellschaften reingeschmuggelt werden könnte. Erstens, um ihr Karma fertig auszulösen, um als Experiment zu dienen, ob sie als Astralwesen auf der physischen Erde in diesem niederen Bewusstseinszustand überleben würde und wie sie es überleben würde und auch um später dann eben als Erwachsenen, weil man ging ja davon aus, dass sie das schafft und dass sie auch zwischendurch, sie hat ja immer wieder Heilungen auch bekommen auf dem Raumschiff und so, dass sie dann später auch als spirituelle Lehrerin unter den Menschen ist, ihre Geschichte veröffentlicht und eben die spirituelle Information runterbringt sozusagen. Das war ihre, war und ist ihre Mission sozusagen, so ist es kurz gefasst. Ist interessant. Auch jetzt nochmal eine Frage dazu. Du weißt ja aus, wird ja auch jetzt in vielen Kanälen auch von dieser Anhebung in eine andere Dimension gesprochen, also von 3D, wo wir jetzt leben, 4D, 5D. Es wird immer 5D darüber gesprochen und also meine Eingaben, was heißt Erfahrungen, ja, die ich halt so jetzt gemacht habe, auch mit anderen Wesenheiten und Energien, sind die, dass es so, ich habe das ja schon öfters gesagt, eigentlich nicht möglich ist, in dem physischen Körper in höhere Dimensionen und anderen Zeitlinien sich zu bewegen, weil unser physischer Körper erdgebunden ist, also zu schwer ist, um in diese höheren Dimensionen eintreten zu können oder mit eintreten zu können, weil ich, der ganze Austausch, der bei mir stattfindet oder, ja, ich immer in Austausch bin mit unterschiedlichen, ich sage jetzt mal auch, ETs oder Energien, das geht immer bei mir über meine Träume, über außerkörperliche Erfahrungen, wenn ich jetzt in Meditation oder Tiefentrance gehe, also in diesen Bereichen, wenn sich der Verstand nach hinten schieben lässt sozusagen und ich wirklich die Möglichkeit habe, mich reiner Seele zu machen, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, um mich eben mit dieser energetischen Signatur, die ich mal erklärt bekommen habe und auch mal durch eine außerkörperliche Erfahrung einfach dieses Wort in meinem Kopf aufgeploppt ist, ich konnte gar nichts mit anfangen, ich habe es dann gegoogelt, weil ich gedacht, was ist das, ihr gebt mir irgendein Wort in meinen Kopf und hätte mir das auch mal erklären können, die Erklärung kam dann nach und nach und so ist das. Welche Ansicht hast du denn zu diesem 5D-Aufstiegsgedanken? Ja, finde ich ganz spannend, auch die Frage ist sehr, sehr, sehr gut. Also natürlich würde jetzt jeder dazu etwas anderes sagen. Ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich kann es nur aus meiner Perspektive so sagen, dass für mich ist der große Unterschied eigentlich das Bewusstsein. Für mich ist 3D-Bewusstsein getrenntes Bewusstsein, getrennt von der Natur, getrennt von der Schöpfung, getrennt vom Göttlichen oder von Gott. Dualitätsbewusstsein, das heißt, urteilen, kritisieren, anstelle von lieben und akzeptieren. Das ist auch eigentlich eine Kernaussage von OMNEC. Das Wichtigste, was die Menschen auf der Erde lernen müssen, ist das Urteilen und kritisieren zu ersetzen durch Liebe und Akzeptanz. Danke, ich muss dir zwischen reinhauen. Danke für diese Erklärung. Das ist das erste Mal, dass mir das jemand so erklärt, wie ich das fühle. Einfach gesagt, ganz ehrlich, Alexandra, für mich ganz simpel, ist das der Kernunterschied zwischen 3D-Bewusstsein und 5D-Bewusstsein. Ja. Meinem Empfinden nach, wenn ich in 5D verankert bin, bin ich im Einheitsbewusstsein stabil. Das heißt, ich weiß, dass alles miteinander verbunden ist. Ich bin wieder angebunden. Ich habe meine Kanäle wieder auf. Mein drittes Auge ist wieder auf oder ich kann es zumindest aktivieren. Meine Chakren sind auf, mein Herz ist auf. Ich kann mit meiner Umgebung, mit der Natur interagieren, kommunizieren. Ich kann im Fluss sein. Und das ist mein Interesse, das auch zu vertiefen sozusagen. Also, dass auch meine esoterischen, spirituellen Studien in diese Richtung gehen. Dass ich also ganz bewusst entscheide, was hebt mich an schwingungsmäßig und was zieht mich runter. Also, das ist ein Übergang. Das ist eine Übergangsreise vom drittdimensionalen, getrennten Bewusstsein zum fünftdimensionalen und zu den höheren Bewusstseinsstufen. Und das, was den physischen Körper betrifft, ich persönlich glaube, dass alles Schwingung ist. Und das auch, so wie Omnic ihre Vibration gesenkt hat, um in die physische Ebene und auf die physische Erde zu kommen, dass wir auch den umgekehrten Weg gehen können, wenn wir unser Bewusstsein stabil in höheren Dimensionen, im höheren Bewusstseinszustand, im Einheitsbewusstsein, sage ich jetzt mal so, halten nach und nach. Wenn wir bewusst wieder Schöpfer-Kraft aktivieren, wenn wir wieder bewusste Schöpfer sind und ganz klar unterscheiden können, was ist mein Verstand, was ist mein Ego und was ist meine Seele. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir diese Zeit haben, diese relative Zeit haben, um unsere Schwingungen diesem Bewusstsein anzupassen. Weil das geht immer so in Wellen, glaube ich, in Schüben. Wir können jetzt nicht, wenn ich jetzt einfach mich dematerialisieren würde, wie soll ich dann mit dir kommunizieren? Also wir wollen ja als Kollektiv aufsteigen. Wir wollen ja mit der Erde zusammen aufsteigen. Und das ist ein ganz komplexes, super spannendes Thema. Aber ich denke, das ist ungefähr die Richtung der Antwort, die ich versuche zu geben, ja. Genau, also das ist schön, dass du die Erklärung so gegeben hast, weil das ist für mich, also für mich, jeder ist ja ein eigenes Individuum, für mich ist es stimmig. Und richtig mal erklärt, ich finde, dass es auch jeder, auch von den Zuschauern, verstehen kann. Also, ihr könnt mir das ja mal gerne oder uns das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt und wie eure Gefühle oder, ja, wie das für euch stimmig ist. Das würde mich mal interessieren. Ja, liebe Anja, ich denke, das war auch jetzt mal so ein schöner Schlussgedanke, dass jeder eben seine Wahrheit, seine eigene Wahrheit hat und man ihn auch oder ihr auch die Wahrheit lassen sollte. Und ich würde das gerne jetzt hier abschließen, unser Interview. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du, also, ich bin da zu 100 Prozent bei dir, was du alles gesagt hast. Und wir haben, finde ich, sehr viele Parallelen gefunden miteinander, also auch von Einzelkind, so ein bisschen Lebensweg. Ich glaube, wir sind auch so ziemlich das gleiche Alter. Auch das mit der Erzählung und Erklärung des Bewusstseins und anderer Dimensionen fand ich total super. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Sehr gerne. Ich danke dir, Alexandra, für die Einladung und fürs Gespräch. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ihr Lieben, ab sofort gibt es die kompletten Videos nur für Mitglieder. Das bedeutet, dass ihr die vollständigen Versionen meiner Videos, Bonusmaterial und viele weitere exklusive Inhalte nur mit einem Premium-Abo sehen könnt. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich euch noch mehr Inhalte bieten möchte und um meine Arbeit zu unterstützen. Ich bin sicher, dass euch die zusätzlichen Inhalte gefallen werden. Vielen lieben Dank für euer Verständnis. Bis zum nächsten Mal hier bei Bewusstsein TV.